Willkommen, liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Episode 2 Ich habe gerade ihn gegessen und zwar wüsste ich Bist auf den Drecksding Mein Hirten! Was? Ich habe eine Idee Ich habe eine richtig gute Idee Ich nehme jetzt einfach mal meine tolle SMG in die Hand Und tu ihn, wenn er mir einmal in die Fresse läuft Ich habe eine große Herausforderung Ich habe eine große Herausforderung Hier! Au! Wuhu! Oh! Haha! Direkt's, Bastion. Schass ist das hier. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir Ich darf dich ja nicht töten Tricksie Oh Gott Mein armes Herz Okay, ich hätte hier jetzt keinen Antillitung gehabt, aber ich habe jetzt einen Halbzebster Komm, wollen wir wieder Tennis spielen, wie damals Danke Ich spüre Dr. Freeman tief und aktiviere den Fahrstuhl, damit es weitergeht Würdest du mir bitte erklären, wie der, wie ich den Fahrstuhl aktiviere? Oh, da kommt der schon runter, nee, der kommt das runter Ist ja irgendwann das falsch Ich brauche ein Zahnrad, opala Ach, da habe ich ja zu der weise ein Zahnrad Bastard, lass mich los Lass mich Das ist meins Gewehrbe-Drecksvieh Gewehrbe-Drecksvieh Au Au So, welchen Headgewehr hat mich hier nochmal angeklagert? Oh, da ist schon alles offen Ich habe 3% Rüstung sogar noch dazu, Alter Der Duft der Riefer vollkommen einblockt Mir nach, Freeman Ich will die Quelle suchen Er hat das Schwerste verbracht Im Zutritt zu diesem Raum Das Leben von Alex Burns liegt in fähigen Händen Ich soll gerade meine Maus nicht bewegen, ne? Das ist nochmal Das war nur ein Bug von meiner Maus Meine Maus wird halt so ein Muster rumfringen Ah, so viele Narben Das Aroma scheint zu kommen Da ist ein Blau und da ist ein Lila und Ich glaube das ist es Was ist das? Meine Maus spielt gerade so gleich Ist halt meine Maus Wird Zeit, Alexi das zu überlegen Wie belebt der sie wieder? Tut ihr das irgendwie als Herz austausch oder was? Sieht irgendwie teilweise aus diesem Herz Was ist das? Wahrlich, Freeman Gute Arbeit Er hat Fähigkeiten, die wir nur von Vortigorns kannten Unsere Vorfahren hielten Ameisenlöwen einst als Nutztiere Vieles kann man von ihnen gewinnen, aber das Extrakt ist das bei weitem wertvollste Und das haben wir Öfter heißt die falschen Schleier, die die Worte Sams teilen All dies soll er sehen wenn Dann werden wir glaube ich jetzt endlich wieder beleben Daten, bitte ladet etwas schneller, danke Ja Ach, steht still. Sie entschwindet. Verlieren wir sie, verlieren wir alles. Seht, das Extrakt. Wundersame Säckheit. Schnell, nehmen wir nun das Extrakt in uns auf. Ja, ein Mensch ist nötig. Gut, zu uns Frieden. Warum? Wir verknüpfen, dass der Freemans Leben mit dem Gehren. Ja, es wird schneller. Wenn ich sterbe, stirbt sie dann auch. Heilige. Oh Gott. Oh Gott. Dies ist vielleicht nicht der günstigste Moment für ein kleines Gespräch. Doch ich musste warten, bis ihre Freunde anderweitig beschäftigt sind. Früher war Miss Wands ihnen unwichtig. Damals war ein Mensch für sie nur ein Brecheisen, das ihnen in einem Stahlgang entgegenkam. Ich rede nicht über meinen Brecheisen. Als ich sie aus Black Mesa holte, musste ich mir oft anhören, sie sei doch nur ein Kind und ohne praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, diese Zweifler zu ignorieren, solange ihr Einfluss noch zu groß war. Ich habe keine Ahnung, was er uns sagen will. Dennoch, ich vergeude meine Investitionen nicht. Und weiß, dass sie mehr wert war als dieses erste Urteil. Darum erwarte ich jetzt von ihnen einen kleinen Gefallen zum Dank für ihre eigene Rettung. Bringen sie sie sicher nach White Forest, Dr. Freeman. Ich wünschte, ich könnte selbst mehr tun. Aber ich unterliege leider bestimmten Einschränkungen. Also, nun, hör mir gut zu, mein Kind. Wenn du deinen Vater siehst, sag ihm Folgendes. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Alter. Sie rührt sich. Ihre Vortalform ist wieder intakt. Wir haben einen furchtbaren Verlust verhindert. Oh Gott. Stell liegen. Oh. Oh mein Gott. Ich dachte... Ich dachte wirklich, ich wäre tot. Ein Kombi-Jäger hatte sie schwer verletzt. Ein Jäger. Das war's also. Wir haben Knochen gerichtet und den Kreislauf wiederhergestellt. Doch, es war Dr. Freeman, der ihre Worte dann zurückholte. Das ist Goden. Hi. Wie lange war ich weg? Ein paar Stunden. Stunden? Wir müssen doch weiter. Noch einen Moment. Aber wir müssen nach White Forest. Es ist wichtig. Keine Sorge. Wir werden euch den Weg weisen. So. Jetzt soll sie versuchen aufzustellen. Also. Oh. Ich weiß nicht, was ihr getan habt. Aber ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Okay, gut. Ihr kommt ja durch Bord. Ich will euch den Weg nach White Forest zeigen. Komm schon, Goden. Nebenwicht. Wir werden weiter abwischen und aufspüren. Und ich werde nachgucken, wie lange die Aufnahme läuft. 1 Minuten. Okay, gut. Gut. Lebt wohl. Viel Erfolg. Gute Reise. Dankeschön. Geht da draußen. Okay, Freeman. Pass dich an. Ah. Angefasst bin ich jederzeit. Keine Ahnung. Hört sich nach Worts an. Alex, ihr Leben ist jetzt mit uns verbunden. Wenn wir sterben, dann stirbt Alex automatisch. Glaube ich. Ich versuch's mal. Oh, danke für die Rüstung. Hätten mir ein bisschen Rüstung gegeben. Warte, kann ich noch mehr Rüstung für dir verlangen? Können wir behilflich sein? Ja, ich hätte noch mehr Rüstung. Und ich habe eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Was ist das für eine Nachricht? Äh, es ist eine Sprachnachricht von einem Kumpel. Also guckst du ihn später an. Okay. Kannst du nicht noch mehr Rüstung geben? Nee. Okay, dann. Oh Gott, ist es dieser Scheißer. Das war ein Wächter. Ich weiß. Das war ein Wächter. Den muss jemand ziemlich ans Bein gepinkelt haben. Ja, der... Der Wächter ist abzündet über unseren Raub des Extrems. Wenn er sich uns in den Weg stellt, müssen wir ihn töten. Ja, Alex lebt ja zumindest wieder. Ich ignorieren immer euer Gespräch. Ich gehe hier einfach weiter. Lade Daten for win. Ich cutte nichts weg. Ich nehme das ganze Spiel ohne Cutten auf. Auch wenn ich zehn Jahre in einer Ecke gammle und weiß ich nicht, wo ich hin muss, ich tue das trotzdem nicht cutten. Pointy Facts Freeman. Okay. Ja, Ladies, kommt ihr auch mal? Ach du heilige... Alle autonomen Einheiten. Vorgeschriebene... Die Crew-Reins sind unterwegs. Ja, und sie tragen Schubula-Toi. Anisoren nach dem Inkubations-Kanzel. Sie sammeln und vereinen die verstreuten Combine-Truppen. Das haben wir also in der Citadel gesehen. Und die haben sie ja ziemlich gut. Sie ziehen zielstremig nach Norden. Norden? White Forest. Wir müssen vor ihnen da sein. Nicht weit von hier sind Menschen mit einem Fahrzeug. Sie werden unsere Notlage verstehen. Und worauf warten wir dann? Das sind Combine-Soldaten, Combine-Elite-Einheiten. Das sind Combine-Soldaten, Combine-Elite-Einheiten. Und dann gibt's auch schon viele. Schreckige Flächen-Einheiten... Gang-Mix. Such Schutz... In der Nähe vom Piepsen, ne? Na gut Geh mal weg hier Mein Erwaltikum kann mir im Moment nicht mal schießen Ich dachte ihr seid nur in Höhlen unterwegs seit neuestem Ja warum keine Ahnung Und der Wächter ist auch am Start Und noch ein Anti-Elite Und jetzt ist er scheißernst Danke für das Fass Oh du Ah was dein Problem Ha Okay okay Fuck Intelligenz mein Freund Oh okay Soviel zur Intelligenz Hey Du bist ja auch Ja bewerb mal deinen eigenen Kumpel Okay Husch husch Äh wir sind hier nicht in einer Mine Also Na eigentlich irgendwie schon Oder Was sagst du dazu Jetzt macht mal eure scheiß Autos hier weg Magst du Revolver Ich muss sagen Ich hab nicht mehr so viele Möglichkeiten Ich hab eigentlich höchstens die Dinger da runterreißen Und euch damit bewerfen Aber das wird mir halt nicht so viel bringen Alex könntest du vielleicht Danke Das kann ich sehr gut gebrauchen Ey Bastard Aha Hier Hast du schon Motoren genommen? Ich bin hier Fischgesicht Ich bin hier Reicht Daneben Ja da hast du seinen Kumpel getötet Ne Das bin ich dran Daneben Jetzt gibt's hier eins gegen eins Okay Eins gegen eins Ach der Motor Dankeschön Den hätte ich gerne Danke für den Motor Ich meine Danke für den Motor Aber den kannst du ruhig behalten Der ist extra für dich Oder magst du mehr Exzessive Fester Boah das war der größte Finisher Kill das ich sogar in den Standbeer gewählt habe Ja Geiler Beat Du wirst jetzt nicht zu uns Koten Tut mir leid Dass ich nicht mehr helfen konnte Ich schwächle noch ein wenig Ist kein Problem Wohlang jetzt Aufnahme sehr schlecht Weil jetzt geht es leider vorbei Bis 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 zur nächsten Folge Meine Freunde Und Tschüss Bis zum Larry Bis zum Lar Bis zumu Club